Einst ergab es sich, dass zwei, nun nicht mehr ganz so junge Recken, zusammenfanden, um die Menschheit von ihrer Gram zu erlösen. Ihr Mittel war das Spiel und ihre Bühne neuzeitlich. Aus einem Meer aus Mitstreitern suchten sie herauszuwarten, um die Menschheit zu beglücken. Doch warteten unzählige Quests auf ihre Erfüllung, bevor sie ihr Ziel erreichen konnten. Sie strotzten mannigfaltigen Gefahren, sie lösten Rätsel und bauten Schlösser. Sie widerstanden den Reizen des weiblichen Körpers und ließen sich nicht von ihrem Pfad abbringen. Sie griffen sogar auf die Weisheit lang vergangener Generationen zurück und ließen Altes in neuem Glanze erstrahlen. Sie erschlugen und erschossen Abscheulichkeiten, die schrecklicher nicht hätten sein können. Und wenn eine Gefahr selbst für unsere beiden Freunde unüberwindbar erschien, standen ihnen ihre Gefährten stets treu zur Seite. Und doch gab es von Zeit zu Zeit Zwietracht unter den beiden. Es entbrannte ein Wettstreit monumentalen Ausmaßes, dessen Ende in den Sternen steht. Solltest du, junger Freund, der Geschichte unserer Helden beiwohnen wollen, so mach es dir bequem. Und vielleicht, ganz vielleicht, bist du den beiden die helfende Hand, die sie vor dem Scheitern bewahr. Denn eines ist sicher, ihre schwersten Rufen standen ihnen noch bevor. Liefer, der Geschichte unserer Helden beiwohnen wollen, so mach es dir bequem. Untertitelung des ZDF, 2020